Hallihallo, Hallöchi Leute und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit dem Uteam. Was ist los mit euch? Was steht hier? Was steht hier? Ich habe kurz überlegt, ob ich KDT oder Trouble in Terrorist Town sage. Ich habe mich verwirrt. Niemand will mit ihm reden. Schönen Gruß, Niki. Grüße, begrüße. Was sagt denn jemand sonst? Ich gebe mich jetzt stehen. Hey, kann mal bitte jemand zu dem McDrive kommen? Also Drive-In, wir wollen hier keine Werbung machen. Nee. Keggy ist es! Wo ist denn Keggy? Wo ist denn Keggy? Ich möchte ihm seine Lieferung übergeben. Kommen wir bitte zum Drive-In. Ist Keggy jetzt tot oder was? Weiß ich nicht, lebst du noch? Wo bist du denn? Ich bin auf dem Dach jetzt. Muss, ich dachte das ist Keggy. Ja, ist aber nicht ehrlich. Hier gibt es einen Geheimgang dahinten. Trader. Was? Nee, du kannst aber hier, guck, du kannst hier zur Toilette runter. Ey, du hast die Bezahlung vergessen, Mann. Warte, warte, warte. Ach, ich habe es nicht. Ich habe einen kleinen Geld. Alter, du hast deine Pizza nicht gezahlt. Ey, ich hab die Keggy gefunden. Was war das, Keggy? Das war echt böse Absicht von dir mit der Pizza. Ey, warum schießt du auf mich? Maeve hat einfach auf mich geschossen. Obwohl er innocent ist. Was ist denn das für ein Trottel? Keine Ahnung. Aus! Ja! Ich dachte... Du warst der letzte, Cornel. Ich habe auf Maeve geschossen, weil er die Pizza einfach so mitgenommen hat. Das war so schlecht, ey. Das war gerade. Warst du innocent, Stefan? Warst du Traitor, mein ich? Echt? Cornel war Traitor. Cornel und Keggy. Echt? Ja, warum bist du gestorben, Keggy? Ja, ich bin irgendwie assassinmäßig vom Dach gesprungen. Wollte eigentlich Mock töten, aber irgendwas nicht. Ja, und Cornel? Guck mal, Escher, du kannst doch runtergehen. Aber wer ist doch auf Cornel? Ja, keine Ahnung. Du, ich hab was gesagt. Konntest du doch auch. Da konnte ich dich ja besser töten. Da war ich direkt hinter dir. Ich meine, er ist auf Toilette gegangen und hat mir seinen Arsch hingehalten. Was ist das? Ist das schön? Guck mal, ich hab eine Wassermelone. Ah, eine Melone. Oh, Alter. Rikki, Alter. Oh, Rikki, ganz ehrlich, die Wassermelone kaputt gemacht. Rikki K.O.S. Rikki K.O.S. Mach Rikki weg. Rikki weg. Alter, Rikki. Das war meine Wassermelone. Oh, Leute, 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 komm. Connor hat die Pizza geklaut. Hey, wir spielen ein lustiges Spiel, okay? Okay. Leute, wir treffen uns alle hier auf dem Haupthof. Ich hab hier nämlich eine Waffe. Die, äh, die ähm. Alter, du willst doch nicht Russisch machen. Entschuldigung. Ich hab eine Waffe mit einen Schuss und One-Hit der Traitor. Haben Sie Pizza bestellt? Max von K.O.S. Verzieh dich. One-Hit der Traitor, Kornel. Haben Sie Pizza bestellt? Wer war das? Oh, Rikki. Shit. Sie one-hitted alle. Warum steht der Beschreibung? Warte mal, da steht der Beschreibung. Ja klar, man hittet sie alle. Sie hat One-Shot-Story. Any Terrorist in One-Shot. Okay. Rikki war Terrorist. Es war zwei, äh, äh. Es war, ähm, auf den ersten Hinblick vielleicht eine Niederlage für die Gerechtigkeit. Aber auf den zweiten Blick doch ein Sieg für unsere Freiheit, denn Kegi war ein Terrorist. Traitor, würdest du bitte, ne nicht Kegi, sondern Rikki. Traitor, würdet ihr bitte den Rikki aufheben und hier aufhängen, um allen Leuten zu zeigen, dass wir keine Terroristen hier wollen. Na, Traitor? Ja, dann mach doch. Los, bitte vor. Ja, zuerst, warum alle so verlegen? Los, bitte vor. Haben die, kann man Pizza macht 5 Euro? Pack die Pizza weg! Kegi, warum bist du aggressiv? Ja. Nimm mal die Pizza! Ich möchte mal, Kegi, ich möchte mit dir mal, ähm, drüber reden. Warum bist du so aggressiv? Er hat mit der Pizza mich geschlagen. Bleib stehen! Bleib stehen! Ich hab sie nicht bestellt! Ich hab sie nicht bestellt! Du sollst stehen bleiben, warum bleibst du nicht stehen, Kegi? 5 Euro von dem! Ich hab Angst! Bleib einfach stehen! Dir wird nichts passieren! Wenn du dich weiter bewegst, dann wird was passieren! Korne steht neben dir! Korne steht neben dir! Ja, und? Ja! Ah! Wie gesagt, es wird was passieren! Er war eh interessant! Ich wollte nur mein Trinkgeld! Stefan! Stefan! Ähm! Stefan! Malfi ist es, Malfi ist es! Malfi ist es wirklich! Vertrau mir! Vertrau mir! Ich töte dich! Stefan, guck mal zum Laden! Stefan, guck mal zum Laden! Warte einfach, Mock! Guck mal zum Laden! Siehst du das? Siehst du, was da hängt? Ein Sing für die Freiheit, Leute! Da hängt der Ricky! So, Kleider ist bitte mal für euch! Oh! Wer ist es jetzt? Wer hat mich gefehlt? Ich? Warum? Weil nur noch wir vier gelebt haben, ich innocent war und Mock war Detective! Ich kann kombinieren! Oh Scheiße! Das hat er von mir gelernt! Ich bin Detective! Ich habe gutes Karma dafür! Und dann hat Mock auf mich geschossen! 769! Und ich habe währenddessen einfach ein Kissleichel angehangen! Das war ziemlich mutig von mir! Das war es aber auch wert! Muss man sagen! Das war so geil! Ey Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ne! Okay, wir wollen was für Schall halten! Ich gehe aufs Damenklo! Ich hatte Angst! Ich möchte sagen, in der ersten Runde bin ich im Damenklo gespawnt! Ich habe noch nie auf dem Damenklo geschissen! Ich könnte euch die Geschichte vom Damenklo erzählen, aber nein! Ricky, erzählen Sie so lange, bis hier dich jemand umbringt! Wir suchen alle nach Ricky und bringen ihn um, damit er die Geschichte nicht weitererzählt! Oh, der Keggy! Oh, der Keggy! Ja, warte! Der hatte eine AWP in der Hand! Guck! Traitor! Wo ist der Traitor? Der steht um! Okay, stimmt! Ja, okay! Okay, dann kann ich Kornel vertrauen! Kornel ist Kornel! Kornel, komm raus! Ich habe Angst! Ich bin Detective! Detective Keggy! Wo wollen Sie hin? Der hätte die AWP in der Hand! Ich glaube, er hätte nicht gesehen, dass ich hinter ihm bin oder so! Ja, wir sind Freunde! Piu, Piu, Piu! Ah, wurde angeschossen! Wurde angeschossen! Aua! Hä? So wurde ich angeschossen! Ja, Mock ist es! Was hast du denn da? Schwachsinn! Hä, du hast aber mit Eros gebrochen! Ich lade gerade nach! Nee! Ich vertraue dir, ja! Nee, ich vertraue dir aber nicht! Auch nicht! Du bist nicht vertrauen, so nicht! Mock ist es doch! Womit hast du geschossen, Mock? Alter, es war nur 360 Grad! Ich habe mich im Keller versteckt, wollte eigentlich heilen und ihr klärt das schon auch, Mock? Hey, im Nachhinein muss ich sagen, nachdem ich mit Ricky zusammen Traitor war, war es nicht meine Glückse Entscheidung, die Leute zu sagen, dass sie Ricky töten sollen! Das wäre vielleicht nicht so gut gewesen, ja? Seh ich ein, ist okay! Naja, ich habe Ricky getötet, weil er eine AWP in der Hand hat, also von daher also... Ich hatte sie nur gekauft, ich hatte sie gar nicht in der Hand! Doch, du hattest sie in der Hand! Nee, ehrlich nicht! Ich habe sie auch gesehen! Ich hatte die Shotgun in der Hand! Nein, dann hast du sie beim Kaufen wahrscheinlich in die Hand genommen! Black! 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 Wir haben mit Hero-Story-Cants geworfen! Guck mal, diese Black! So! Zahlt zwischen 1 und 3! Zwei! 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 Warte mal! Cornel hat gerade so ernsthaft gesagt, dass er bestimmt, dass er zuerst der Kollege war! Ja! Ja genau, weil ich das ja sonst nicht wissen würde, du voll... Wer versteckt sich denn hinter dem Van? Ich! Hallo! Warum sollte sich ein unschuldiger Spieler hinter dem Van verstecken, Maeve? Tag ihn zieht doch bitte! Ich bin Detective! Ja, weil du mich anziehst! Und Tag ihn zieht doch bitte! Wenn du die Hand leuchtest, dann leuchtet dich auch! Praktikant Ricky, durchsucht bitte seinen After! Okay! Oh! Von da hinten, von da hinten, von da hinten, von da hinten, von da hinten! Das war bestimmt Cornel auf dem Dach! Da hat er richtig... Da war Cornel auf dem Dach, Cornel auf dem Dach! Er hat eine Waffe runtergeschmissen! Cornel, wieso schmeißt du deine Waffe runter? Der Cornel wird einfach weggewumft! Cornel ist auf der Toilette! Niemals! Der After war nicht sauber! Das dachte ich mir! Er hat mich übergebracht! Der After! Sorry, ich hab mich verwechselt! Ach du bist Stefan! Ah! Verdammte Scheiße, Maeve! Ich dachte, du bist Cornel! Alter, wieso erschreckst du mich denn so krass hier, Alter? Oh, erschreckst du mich? Ah! Was ist das denn? War das nicht Kegi da reingerannt? Nein! Kegi! Ich hab gesagt, dass es Cornel ist! Ich hab schon am Anfang angesprochen! Es ist Cornel, du Tier, Alter! Cornel, hast du auch den Schädel auf? Warum wart ihr zusammen auf dem Männerklo? Seid ihr schwul? Seid ihr schwul? Ich dachte, Kegi ist da reingerannt gekommen! Nein! Ich hab auf dem Frauenklo auf euch gewartet! Ich dachte, der reingerannt kommt, dass es Kegi noch was Cornel ist! Mock, warum hast du mich gekillt? Ich hab doch gesagt, dass es Cornel ist! Und mich nicht gekillt hat! Wie schön, dass du das hast! Ich hab gesagt, ich war Detective! Ich hab gesagt, nimm mir die Zahl zwischen 1 und 3 und du hast 12 gesagt! Ich hab gar nichts gesagt! Das war ich! Das war ich! Ich hab eins gesagt! Ich hab eins gesagt! Ich hab gar nichts gesagt! Ich hab gesagt, mach ihn weg! Mach ihn weg! Ups! Ich dachte, du hast 12 gesagt! Mach ihn weg! Nein! Nein! Er hat gesagt 12 und dann hast du gesagt, das ist falsch! Ich hab dich gesagt, mach ihn weg! Dann hast du mich gekillt! Alter, Cornel, hab ich Speck in der Tasche gesagt! Das hab ich in Ruhe! Er hat Speck in der Tasche! Ich hab den Bankenburger nicht! Bankenburger? Bankenburger? Ich möchte mich gesperren! Oh, wo ist der Rikki? Warum hast du geschossen, Rikki? Ich hab ne AWP gehört! Aber er war so geschossen! So! Hallo, hallo! Traitor! Du schießt nicht einfach so! Oh, dann ist Morker sich! Vor allem dann noch mit ner AWP! Ja, Morker ist Keggy oder SJ! Ich hab nichts getan! Wieso? Warte mal kurz! Warum bist du denn nicht? Wer hat ihn jetzt getötet? Wer hat ihn jetzt getötet? Ja, Morker! Morker ist gut! Morker ist gut! Morker ist gut! Morker ist gut! Warum bist du gut? Kornel oder SJ? Kornel oder SJ? Kornel oder SJ? Kornel oder SJ? Warum denn ich? Warum denn ich? Keggy, warum du denn nicht? Ich hab mit auf Rikki geschossen! Ich hab mit auf Rikki geschossen! Ich hab mit auf Rikki geschossen! Ich bin ja innocent! Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich ein Traitor bin! Das ist ja sehr dumm! Ich hab mit auf Rikki geschossen! Ich hab mit auf Rikki geschossen! Wieso soll ich mich selbstverdächtigen? Kannst mal in die Art aber! Wenn du, wenn du Detektiv bist! Ich hab mit jemanden Big Burger für mich! Oh! Ich mag Sonic Adventure 2! Ähm! Lieber Rat! Liebe Bernd! Ich bin Rikki! Oh nein! Oh! Oh nein! Ich bin Rikki! Moment! SJ ist weg! SJ ist vom Lachen! Da hab ich ihm noch mal in den Kopf gekriegt! Ja weil ihr alle da irgendwie, keine Ahnung, in den Kuchen seid! SJ hat eine gerade Gaskraft! Ich bin Rikki, meinst du? Ja, uh! Uh! SJ? Ja, was denn? Wo ist es? Ich bin es nicht! Ich bin Spürheiz! Ich bin Spürheiz! Nein, ich bin... Maeve, ich beschütze dich, okay? Maeve, lauf! Sag! Ich bin Detektiv! Ich darf alles gut! SJ, sprich mir nach! Ich lüge nicht! Ich lüge nicht! Er lügt! Warum? Er liebt! Er liebt! Warum? Was? Wollt ihr mich verarschen? Hat man gemerkt! Man hat die Tür wieder auf! SJ? Kegi, hau ab! Kegi, schieß auf mich! Kegi, schieß auf mich! Ja, weil du gelogen hast! Warum? Warum habt ihr ihn gelogen? Der dann unter euch, Leute! Der Kegi... Aber... Kegi versus SJ! Der Kegi ist mir die ganze Zeit in Sorgen im Auge! Ah! Wenn ich es nicht bin, dann ist es Korne! Okay! Mann! Das war SJ! Du bist der Kegi! Ja, Kegi war innocent! Ich wollte Kegi abfließen und dann haben einmal standen da drei andere noch neben euch! Ja, war nicht so clever von dir gedacht! Richtig, warum bist du so früh draufgegangen? Weil ich hab mich ja an der drei gesehen, die dann direkt im Anstand! Und ich so... Hm... War vielleicht nicht gut mit der AWP zu schätzen! War nicht intelligent! War nicht intelligent! War nicht intelligent! War nicht intelligent! Weil der an der Ecke aufgehangen wurde! Detektiv Korne ruft einen Rapport! Detektiv Korne! Verdammte Scheiße! Da ist eine Wassermelone Korne! Detektiv! Oh nein! Was ist die Melone? Was ist denn mit dir? Ja! Ja! Wo ist Detektiv Korne? Detektiv Korne? Glaubst du, der steckt im Körper eines Zehnjährigen? Nein! Dafür steckt er in einem schwarzen Körper! Wie ich! Richtig, kannst du bitte! Ey! Ich hör jemanden schießen! Ey, wer schießt hier? Ich glaub, Malfi ist da oben! Richtig, weg! Ganz ruhig! Er hat von euch geschossen, hau ab! Okay, Malfi ist tot wie es aussieht! Er war innocent! Okay! Ja, warte mal! Das ist erklärt, warum nicht jemand rumgeschrien hat, dass Malfi Frank da war! Mit was wurde er getötet? Mit was wurde er getötet? Ich glaub mit der Punk kann, oder? Ey! Was ist M16? Was ist M16? Mock! Was hab ich denn? Ich hab ne Farmers! Wieso holst du sofort los? Ich hab dich nicht verdächtigt! Wo? Ich hab dich nicht verdächtigt! Weil du mich so angegriffen hast! Ich hab dich nicht verdächtigt! Hallo, 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 hallo! Gab's locker, mein Freund! Er hat mich getötet! Er hat mich getötet! Er hat mich getötet! Ey Ricky, obwohl wir unsere Differenzen haben, haben wir gut zusammengearbeitet, muss ich sagen! Das stimmt! Zu Beginn der Runde waren wir nicht die besten Freunde, aber jetzt... Wir sind doch wie Brüder geworden! Jaja, halbe Brüder! Ja! Brüder, die auch mal miteinander schlafen will, wenn es sein muss! Detektiv Krollen? Im Krieg muss ich jetzt nicht zahlen, natürlich! Es muss sein! Es muss sein! Hast du mir gerade meine Pumpkin geklaut? Ich? Nein! Kegging glaube ich, oder? Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan! Ich bin unschuldig! SJ ist es! Ja, ich bin es! Ich liebe dich! SJ ist es! Ja, SJ ist es! Ja, SJ ist es! Pass auf! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Wenn du es bist, schieß ich dich! Wo ist SJ? Ich hab gesagt, er ist es! Er war's nicht! Du warst es auch nicht! Gut! Ricky! Man sieht, du verfolgst dein Random-is-Random-Konzept ganz gut! Auch hier! Aril hat jemanden getötet! Ja, Ricky hat einen Innocent getötet! Warum ist hier Feuer? Was ist hier los? Warum war da Feuer, Maeve? Ich hab eine Halleluja-Granate gehört! 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 Ich hab die schon alle aufbereitet! Pizza! Ich glaube, es ist Maeve! Ich wollte sie unterwerfen! Darf ich einmal bestellen? Das ist deine Pizza! Oh! Was? Meine Pizza-Wutter! Mog, holst du mir mal eine Pizza-Margarita? Das ist nett von dir! Peggy? Ja? Oh! Kommst du auch Pizza essen? Nein, ich komm nirgendswohin! Wieso? Ist deine Terroristen-Pizza selber! Ich hab keine Terroristen-Pizza! Schießt du auf mich? Geh auf die andere Straßenseite! Ich bin Detektiv! Ja dann schieß nicht auf mich! Hau ab! Geh auf die andere Straßenseite! Ich hab ne Pistole in der Hand! Geh auf die andere Straßenseite! Schieß bitte nicht auf mich! Ich bin der Detektiv! Hau ab! Ach echt? Ja! Wir können mal voll cooles machen, Peggy! Wir machen hier nichts cooles! So, ich geh aufs andere Dach und dann machen wir so ein Duell! Was ist passiert? Ich hab ihr gesagt, wenn er es ist, dann schieß ich ihn! Ich dachte, er ist es! Hat mich jetzt Maeve getötet oder? Quanne! Ich hab dich getötet! Ich wollte bei Moss bestellen, aber er war mir zu langsam! Da musste ich ihn töten! Ich hab Pilze auf dem Boden geworfen! Mach ich! Mach ich auch immer so! Ja! Wer hat mich jetzt am Anfang eigentlich gekillt? War das Ricky? Ricky, ja! Ich hab gedacht, du bärst es! Warum denn? Oh, weil er ist schwarz! Richtig! Oh, was soll das heißen, Ricky? Ricky, Ricky, Ricky! Du machst hier... Ich bin Detektiv! Lass mich in Ruhe! Pass mal auf, dass keiner YouTube-Bee-Videos über dich macht! Weil du... Den schwarzen zuerst! Das gibt jetzt eine Seitenstichelei auf Twitter, Ricky! Na, warte! Der stimmt immer zuerst! Hashtag Ricky ist ein Rastens! Oh! Boah! Boah! Das Traurige ist, ab heute mit dieser Hashtag wirklich existieren, Ricky! Das Gute ist... Hashtag Zigeuner kann niemals Rassist sein! Warum nicht? Natürlich! Es können sogar Frauen Rassisten sein! Wer weiß, was sie nicht hören können, Kornel! A! Hashtag Kornel ist Frauenhasser! Gut, dass das keiner glaubt! Nein! Hashtag Kornel schnickt Frauen! Ja! Hashtag Kornel schnickt Frauen! Ja! Was guckst du mich so an? Pilch ihn! Okay! Kannst du ihn bitte so sagen? Das war eine harte Aussage jetzt! Moment, Moment! Ich bin oben! Hey! 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 Dann Berksdie war Detective! Oh, Kegi! Warum was du so innocent? Ist das dein Ernst, Kornel? Du bist so dran?! Yes Yes! Alle schreien, dassicas jemand tötet, ich meine Mock an... そうiv. Du kommst von denn hin und den Kürtis eigentlich Vadich? Darf ich nie sagen ... Es kann doch nicht sein, dass Stefan mit so einer Bark angegriffen! Niemand ist mir nicht keto! Wenn jemand mir glaubt, tut! So sieładant .. Niemand glaubt mir! Warum glauben wir niemand? Ich konnte doch nicht den Schwarz überdessen! Will ich so assisted Rikkie? Ich habe gesagt, er schießt mich! Ist doch dochpier ess mich? doch erschießt? Riechst doch nur die Zigeuner! Lass doch die Zigeuner sterben! Wo ist das Gas? Jetzt lass mal uns hier nicht so im schlechten Licht anstehen. Ich habe nur ein paar sexistische Sprüche abgelassen, mehr nicht. Bei mir ist egal, woher sie kommen, bei mir geht es nur ums Geschlecht und eventuell die sexuelle Orientierung. Ja was? Ja bitte. Wer ist da gerade drauf gegangen? Ich glaube der Riech ist tot. Ja ich glaube der Riech ist tot. So der Glammer nicht mehr rumschreit. Ah ich habe ihn gefunden. Wo ist er? Ah ich habe ihn gefunden. Ich vertraue dir kein Stück. Warum nicht? Du musst mir nicht vertrauen, du musst mir nur in Ruhe lassen. Ok. Dann laufen wir doch nicht hinterher. Jetzt laufen wir doch nicht hinterher. Willst du nehmen wir los? Egal wer hier aufs Dach kommt. Ey warte mal wir können Bowling spielen. Warte. Das war auf jeden Fall eine Pumpgun. Ach Quatsch. Ok Kornel war es. Oh 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 nein auf mich wurde eine Granate geworfen. Mit Feuer. Ui ui ui. Mit Feuer? Ja. Brennt das? Ne das nicht laut. Ich habe mich gefragt. Lebt da Stefan noch? Ne ich glaub schon. Nur Kornel lebt. Kornel lebt. Ich kann dir jeden empfehlen mal zum Drive-In zu gehen. Geht mal zum Drive-In Leute. Kann ich dir jeden empfehlen. Moment wer ist Detective? Riki oder? Detective ist am Drive-In. Also Riki. Ok. Kornel ist hinten am Van. Nein. Schieß nicht auf mich. Bitte nicht. Ah. Was? Scheiße. Ah nein das esse ich. Sorry. Sorry. Nein. Sorry. Ich habe dich verwechselt. Ja 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 sicher. Ich habe dich verwechselt. Ja warte Kornel ist hinter dir in dem Raum da. Unter die ist Maeve. Ach der ist über mir. Danke für den Tipp. Bitte ich nicht. Bitte ich nicht. Hier liegt eine Leiche. Oh. Ich bin festgepackt. Ich stecke in der Wand fest. Ah jetzt. Ok. Ok. jetzt gehts weiter. Hallo. Wissen. Wer lebt jetzt noch? Ich lebe noch. Kornel und Maeve ne? Vielleicht. Ja ich. Ich glaube ich glaube Kornel und Maeve ist. Kornel? Kornel? Oder Maeve ist nicht mehr? Wahrscheinlich verarscht uns nicht. Ja. Ich tippe darauf dass es Kornel oder Maeve sind. Und was ist wenn du es bist? Ich bin es nicht. Weil weiß ich das? Weil ich. Weil ich nicht hier bin. Ja weil du ich. Ja weil ich nicht hier bin. Boah. Alter das ist mir so krass erschreckt. Alter. Maeve ist Traitor. Ich habe ihn erschossen auf dem Darmklo. Ok. Alter Maeve. Alter Maeve. Erschreck mich doch nicht so. Wo ist jetzt Kornel? Oder hast du jetzt deinen eigenen Partner getätet? Nein. Warum denn? Ich glaube Kornel ist es. Hi Rikki. Wie gehts? Ah. Wie gehst du? Ok Kornel, ich bin hinter dir. Boah. Ich bin hinter dir. Wolltest du mich gerade angreifen? Ja. Ich hätte mich angreifen können. Aber ich habe es nicht getan. Ok Kornel, ich schiebe auf dich. Ich schiebe auf dich. Ich schiebe auf dich. Ja wie sind die letzten Überlebenden? Ehh. Ja. Bist du der Traitor? Ja. Ach. Ich habe dir vertraut. Ey Maeve kommst du auch nicht durch die Tür. Dann war es Kornel und SJ. Ich bin nicht der Traitor man. Ja. Genau. Ich bin gerade mega verwirrt ne. Ja wenn der Kornel jetzt wirklich noch lebt ne. Der Kornel lebt noch man. Weil Maeve war Traitor und Kornel ist auch Traitor gewesen. Du bist der Traitor. Ich bin nicht der Traitor. Du hast gerade Maeve getötet. Ja und ich habe ihn auch identifiziert und er war Traitor oder nicht. Gaat! Da ist nur... Ha! Hau ab! Hau ab! Ok. Ich hab mich erschrocken. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Also Kornel wenn du wirklich noch lebst ne. Kornel ist das 100%... Alter Kornel! Was ist das für eine Bullshit Taktik. Die Zeit läuft ab. Dann haben wir gewonnen Kornel. Wenn du camst. Wir hoffen nicht dass du einen Blue Screen hast. Kekki komm hoch zu dir. Ich hoffe nicht, dass der Mock jetzt mich verarscht dadurch, damit die Runde schnell vorbei ist. Äh, warst du grad hier oben? Wo bist du denn hin? Ich bin immer noch oben. Hier. Ach da, okay. Komm hier nicht raus. Ist er auf dem Klo, oder was? Go, 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 keine Gefangenen. Ja. Go, 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 keine Gefangenen. Damm, 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 damm. Okay, wenn er sagt, er kommt hier nicht raus, dann ist er irgendwo auf dem Klo, richtig? Aber nicht, Cornel. Okay. Nein! Gaggy, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Wo schießt denn hier? Oh, Cornel. Was war das für eine Bullshit-Taktik? Och, Alter, deine Fresse, Mock. Warum redest du? Ja, warum tust du so, als ob du tot wärst? Du willst dir die Regeln nicht. Du schneidest die Kacke sowieso, dann schneidest halt. Aber, Alter, einfach deine Fresse. Alter, hättest du nicht geredet. Ich glaub, Keggy hat nicht geredet. Mann, Alter, die waren wieder am Töten. Das war lustig, meine Fresse, meine Leiche lag nur scheiße. Ich wusste nicht genau, wo ich bin. Welche Leiche? Ich hab mir ne Fake-Leiche gelegt. Okay, Mock, K.O.S. Ja, die lag scheiße, weil ihr da nicht hingegangen seid. Ihr seid nicht in das andere ausgegangen. Doch, ich war da, ich hab Rikki aus dem Fenster raus Luchsen gesehen. Ach, da kann man rennen. Dann brauchst du da nicht reinschreien, Alter. Wie gesagt, du schneidest die Kacke doch eh. Dann kannst du es auch lassen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ums Fairplay. Doch, darum geht es. Ja, was denn? Die waren dabei, sich nicht mehr zu trauen. Ich glaub, 30 Sekunden länger und Keggy hätte mich gemacht. Du hättest mich gemacht. Ich hab dich niemals gemacht. Ich hab dir vertraut. Komischerweise. Komischerweise. Vertrauen niemals, Keggy. Irgendwie. Rikki. Vertrau mir. Wirklich. Nein, ich werde, siehst du, ich werde angeschlossen. Maeve war das Glück. Maeve, Maeve war das Glück. Was hast du da vor, Maeve? Warum hast du geschossen, Maeve? Maeve hat mich angeschlossen. Maeve hat mich angeschlossen. Warum hat der geschossen? Warte, 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 warte. Das war, warum er geschossen hat. Weil er weiter war. Ach, er ist schon immer innocent. Wow, das war eine tolle Runde. Ich hab Rikki, ich hab Rikki angeschlossen von ganz weiten weg. Und dann habt ihr euch ganz... Von ganz weiten weg. Von ganz weiten weg. Von weit, weit weg. Von weit weg. Ganz, ganz, ganz weiten weg. Ist er denn da drüben nackt? Weiter, danke. Was nackt? Was nackt? Warum nicht der Stroh? Ja. Warum nicht der Stroh? Warum hast du das? Alarm. 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 Alarm, das ist geil. Alarm. Alarm. Wer nicht weiß, was gemeint ist, einfach mal Alarm, Alarm. Oh nein, Sau, so brennt. Ich möchte auch ein Feuerwehrmann werden. Meve? Ich nicht. Hey, was war das eigentlich gerade eben? Das Auto brennt, Meve. Ich bin in der Leiter. Du hast mir gerade das Leben gerettet, Mann. Ich höre Schüsse. Meve ist es. Über mir, über mir geschossen. Ich weiß auch nicht. Meve, ich habe Meve getötet. Okay. Ja, dann ihr nicht pittieren. Ja, wir sind dabei. Du bist SJ, okay. Ja. Wer bleibt denn noch übrig? Dem bleibt ja noch cakey. Da unten beim Draven, da liegt jemand. Ist das Meve oder was? Keine Ahnung. Wow, Tschau, Tschau, Tschau. Meve hat Mock getötet, ich habe Meve getötet. Das hat dich nicht. Hör auf zu schießen, wenn ich hinter dir stehe, du Arfe. Ich habe gesehen, dass du mir stehst. Du Arfe. Oh Mann, das war sehr taktisch. Alter, Ricky. Jedes Mal auf so einen Bock gedacht. Ja. Ich stand bestimmt 30 Sekunden hinter dir und bin ich sogar länger. Liebe Leute, letzte Runde. Und wir müssen für die Zukunft unserer Regeln noch genauer dann auch feststellen. Ja. Und zwar würde ich sagen, dass wir vielleicht die Regel einführen, dass wenn man jemanden fragt, ob er noch lebt, dass er, wenn er lebt, dann antworten muss. So ein Schwachsinn, damit wir das ganze Spiel machen. Ja, aber das ist ein bisschen... Ja, aber das könnte immer das nicht machen, dass es wieder alles so schwammig und... Da haben wir so, er muss sich ab den letzten zwei Minuten melden, dass er noch lebt. Ich bin die Decke. Alter, spielt doch einfach. Und wenn eine Runde mal länger dauert, ist doch kacke egal. Ich halte doch eh, was ist denn das Problem? Ich finde auch, dass es zum Traitor sein dazugehört, auch mal nicht zu sagen, dass man... Na gut. Das fände ich eigentlich auch. Du machst, damit nimmst du das ganze Spiel, dann kann ich ja die ganze Zeit fragen, lebst du noch? Wow. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare, was ihr da... Boah, was, Demokratie oder was? Wenn da irgendjemand schreibt, dass es eine gute Idee ist, dann fand ich den. Was machst du denn für ein Mist? Ricky hat rumzuschreien. Ricky. Ja, guck mal her, guck mal her, guck mal her, guck mal her, guck mal her schon. Der Ricky kommt hier anschließend und sagt, Meph is this, Meph is this. Achtung, hinter dir ist, äh, Alter. Ich bin ein Zorba. Mok. Ich, ich, ich bin ihn wieder. Alter. Und wenn ich, wenn ich um den Beruf von einem... Alp. Idioten. Mein Glock. Irgendwas ist da oben gerade passiert. Wo? Okay, er ist verletzt. Ich nehme ich das. Du bist es. Hä? Leck? Leck? Oh, ich bin tot. Bei mir hat es alle geleckt. Wo ist meine Waffe? Fuck. Oh, ich habe noch eine Mission. Nein, ich nicht. Alle ganz gut. Okay. Ich war nicht mal dank, dass ich alle vier umgebracht habe. Was? Nee, ich habe alle umgebracht, glaube ich. Bei mir hat es geleckt. Bei mir hat es geleckt. Ja, und mir ist es, komm mal her, guck mal her. Ich geh schon neben mir. Fenner. So, meine Freunde der Sonne. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal, wenn es mal heißt TTT. Ciao. Tschüss. 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 Super. Ihr seid super. Lieber. Okay.